Die Ukraine, 1945 Churchill, Roosevelt und Stalin treffen sich, um die Welt neu aufzuteilen und ihre Kammerdiener sind mit dabei. Griecher, Larry und Stanley streiten um Tische, um Getränke, und um die grüne Wiese. Beobachtet werden Sie dabei von den Agenten, der Geheimdienste der Mächte. Wir sind Agenten, lieben die Nacht, wer uns bestimmt sind, wird kalt gemacht. Wir sind Agenten, lieben die Nacht, und mit den Türen tagen die Generäle. Aber Ihre Ansprüche gehen nicht so weit? Absolut! Jalter, die weiße Fee am Meer ist vom Bonden zerstört, doch die Schnellstraßenjugendschaufelbrigade kümmert sich daran. Wie kann diese Geschichte zu Ende gehen? Schauen Sie sich das an! Donna pela, es gibt noch ein! Noch ein weiteres FEE am